Hallo zusammen, willkommen zu einem weiteren Video. Ich habe hier einen i7 6950X, also die neue 10-Kern-CPU, die um die 1600 Euro kostet. Und natürlich, was macht man als erstes, wenn man einen 1600 Euro Chip hat, abgesehen davon, den zu übertakten? Richtig, man köpft ihn. Ja, jetzt werden viele von euch sagen, köpfen, Broadwell E ist doch das gleiche wie Haswell E, also verlötet, kann man nicht köpfen. Ist richtig, dass die verlötet sind, ist aber auch nicht richtig, dass man die nicht köpfen kann. In der Vergangenheit gab es selten mal jemanden, der das wirklich probiert hat, so einen Chip zu köpfen. Das geht, indem man dann mit einer Rasierklinge außenrum geht und dann mit einem Bügeleisen oben das Load ablöst. Dazu blende ich euch jetzt mal kurz ein kleines Bild ein, dann seht ihr nämlich, wie die CPU generell aufgebaut ist. Also beim Broadwell E ist es so, dass ihr unten erstmal eine Platine habt, die ist das sogenannte Trägermaterial. Und oben drauf sitzt eine zweite Platine und auf dieser Platine sitzt die eigentliche CPU. Und auf dieser Platine, also dieser Silizium-Chip, der oben drauf sitzt, der ist eben mit Lötbumps, mit der Platine verbunden. Und dann oben auf dem Chip befindet sich das Load. In dem Fall ist es Indium, also das ist kein normales Lötzinn, wie ihr das kennt, sondern das ist Indium. Es ist ein sehr weiches Load und das verbindet sich eben sehr gut mit Silizium und auch anderen Metallen wie Nickel oder Kupfer. Und der Heatspreader ist eben mit Nickel beschichtet. Dementsprechend bietet sich das an, da Indium zu verwenden. Gerade auch, weil Indium einen relativ niedrigen Schmelzpunkt hat von 157 Grad. Und da kann man eben problemlos die CPU löten, ohne dass sie zerstört wird. Ja, jetzt ist es so, dass die Indium-Schicht normalerweise ungefähr 1 mm dick ist. Die Indium-Schicht hat eine relativ gute Wärmeleitfähigkeit. Wenn ich mich richtig erinnere, war es irgendwas um die 83 WMK. Normale Wärmeleitpaste hat so um die 8 bis 10, also sehr gute. Und Flüssigmetall hat so 30 bis 50, wenn ich mich richtig erinnere. Also in der Regel ist Wärmeleitpaste und Flüssigmetall immer noch schlechter als das normale Load. Jetzt ist dann natürlich die Frage, wieso zum Teufel sollte man die Köpfen? Eben weil die Wärmeleitpastenschichtdicke oder eben die Materialschichtdicke entscheidend ist für die Performance. Das heißt, ihr habt hier 1 mm dickes Load drauf, das Indium. Und das ist eben ein bisschen schlechter als Wärmeleitpaste, beziehungsweise als Flüssigmetall, weil eben die Schicht 1 mm dick ist. Ja, wir werden uns jetzt gleich mal anschauen, wie das ist, die CPU zu köpfen. Und zwar habe ich dazu ein spezielles Köpftool entwickelt. Ihr kennt ja sicherlich meinen Daily D-Mate, das Tool, um normale CPUs zu köpfen. Also einen Haswell oder einen Devil's Canyon oder auch einen Skylake, den kann man mit meinem normalen Daily D-Mate köpfen. Und jetzt habe ich hier eben den Daily D-Mate Extreme, nenne ich das Teil. Und damit kann man eben Haswell eCPUs köpfen und Broadwell eCPUs. Das Teil gibt es demnächst bei Case King verfügbar, allerdings in einer sehr limitierten Auflage, weil es eben ein sehr spezielles Produkt ist. Das Teil ist aus Alu gefertigt, das sieht man jetzt. Das ist aber ein Prototyp hier. Die Endfertigung wird dann schwarz eloxiert sein. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze funktioniert. Und zwar habt ihr hier den i7 9650X. Und die CPU wird anhand von dem Dreieck eben hier reingelegt. Und das ist der obere Part von dem Daily D-Mate. Und der Aufbau ist im Prinzip genauso wie von meinem anderen auch. Also hier innen drin sitzt eben dieser kleine Slider. Und über die Schraube hier hinten kann man den Slider vor- und zurückschieben und damit eben den Heatsplatter wegdrücken. Das geht auch bei der verlöteten Variante. Ich habe das schon mal ausprobiert mit einem 5960X. Hier schauen wir uns mal kurz ein paar Bilder an. Hier seht ihr den 5960X, wie er im Daily D-Mate liegt. Und jetzt im nächsten Bild seht ihr schon, wie die CPU geköpft ist. Und hier seht ihr auch hier, wie eben das Load aussieht. Ich werde euch nachher am Ende vom Video, wenn wir uns die Performance anschauen vom 6950X, dann blende ich euch auch noch ein paar Screenshots ein vom 5960X. Mit dem geht es nämlich auch. Und da werdet ihr sehen, also bei 5960X waren es ungefähr 9 bis 10 Grad besser. Trotz Load. Also eben auf Flüssig-Metall gewechselt. Wir haben hier Thermal Grizzly Conducto Note. Damit habe ich das gemacht. Und damit konnte ich eben, trotz, dass es eigentlich eine gelötete CPU war, immer noch 9 bis 10 Grad rausholen. Also es ist doch eine Menge. Es ist natürlich die Frage, wie viel ist es beim Broadwell E? Ich habe es selber noch nicht geköpft, noch nicht selber probiert. Ich habe mir gedacht, wenn ich das mache, dann mache ich natürlich gleich mal ein Video für euch. Und das machen wir jetzt mal. Also wir nehmen jetzt den 6950X und packen den hier in den Sockel für Broadwell E. Die Richtung entsprechend dem Dreieck, das sich auf der Platine befindet. Dann legen wir eben den kleinen Schlitten davor und packen den Deckel drauf. Dann können wir hier die kleine Schraube schon einsetzen, ein Stückchen. Und fixieren den Deckel mit insgesamt sechs Schrauben. Hier hat man jetzt eben so ein kleines Sichtfenster. Und da kann man sehen, wie weit die CPU denn schon geköpft wurde. Also bei den gelöteten CPUs ist es das Problem, dass sich unter dem Heatspreader relativ viele Kondensatoren verbergen. Da hatte ich das Problem bei meinem ersten 5960X, den ich geköpft habe. Jetzt hoffen wir mal, dass es hier keine Probleme macht. Sollte aber keine Probleme machen. Jetzt drehen wir es erstmal bis zum Anschlag. Dann merkt man schon, das geht jetzt relativ schwer. Und jetzt muss ich allerdings selber in das Schaufenster schauen. Und jetzt drehe ich eben die CPU so lang, bis ich merke, der Widerstand wird geringer. So, jetzt habe ich gesehen, dass sich ungefähr die CPU einen Millimeter bewegt hat. Jetzt hole ich die wieder raus. Man hat natürlich bei den gelöteten CPUs auch das Problem, dass es relativ schwer geht. Hier ist es jetzt aber so, es kann sein, also beim 5960X hatte ich das, da musste ich das Ganze zweimal machen. Das heißt, ich habe die CPU aus dem Sockel rausgenommen hier, habe die dann umgedreht und habe dann den Heatspreader wieder zurückgedrückt. Einfach weil das Lötzinn sich nicht ganz so leicht lösen lässt, man aber den Heatspreader nicht zu weit drücken darf. Und man sonst einfach Gefahr läuft, dass man die darunter befindlichen Komponenten beschädigt, also die Kondensatoren, die sich darunter befinden. Also man sieht jetzt hier schon, wenn man jetzt hier ganz genau schaut, dass wir das jetzt hier schon weggeschoben haben, also der Kleber hat sich jetzt schon gelöst. Das ist die Frage, können wir das schon lösen? Sieht nicht so aus. Das heißt, wir drehen den jetzt um und dann machen wir das ganze Spiel einfach nochmal. Wir setzen jetzt die CPU in der verkehrten Richtung wieder in den Sockel, platzieren wieder den kleinen Slider, platzieren den Deckel wieder oben drauf, fixieren das Ganze wieder, wie ihr habt. So, und jetzt drücke ich wieder vorsichtig von der anderen Seite und beobachte das wieder in dem Fenster hier. Und ich werde das ungefähr wieder so 2 mm zurückschieben. Und man merkt jetzt auch, das geht jetzt plötzlich richtig leicht, verglichen mit vorher, da ging das wirklich richtig schwer. Und jetzt hoffen wir mal, dass die CPU jetzt schon geköpft ist. Also bei meinem 569X, da war es wirklich so, einmal von der einen Seite am Anfang so 2 mm gedrückt und dann noch einmal von der anderen Seite wieder den Millimeter zurück und dann hat sich das Lot vollständig gelöst und dann konnte ich den Deckel abnehmen. Aber beim 569X musste ich auch ein bisschen mit der Rasierklinge nachschneiden am Rand. Da hat sich der Kleber nicht hundertprozentig gelöst. Aber der Heatsweater vom Broadwell E ist komplett anders aufgebaut. Deswegen kann das sein, dass wir das direkt jetzt schon abnehmen können. Das ist eigentlich relativ locker. Sieht gut aus. Ja, wie ihr seht, wir haben es erfolgreich geköpft. Ihr seht auch, der Chip ist noch drin. Also es ist nichts beschädigt, so wie es aussieht. Und jetzt sieht man auch den internen Aufbau. Das ist wahrscheinlich auch das erste Mal, dass ihr einen geköpften Broadwell E seht. Ihr seht hier eben die zweite Trägerplatine. Und hier sehen wir den Chip in der Mitte. Außenrum ein paar Kondensatoren. Das ist das, was ich am Anfang gemeint hatte. Und das ist eben genau das Problem. Also wenn man da eben zu weit den Heatsweater schiebt, dann hat man einfach das Risiko, dass man mit dem Heatsweater die Kondensatoren abschert. Und genau das haben wir eben nicht getan. Das ist alles noch da. Das ist alles wunderbar. Hier sind ein paar Krümel drauf. Das sind einfach nur Rückstände von dem Lot. Jetzt schauen wir uns auch nochmal den Heatsweater an. Das ist auch relativ interessant. Und zwar das Gelbe, was ihr hier seht. Das ist eine relativ dünne Schicht Gold. Und zwar braucht man die Goldschicht, damit das Indium-Lot richtig an dem Heatsweater haftet. Ansonsten würde das nicht richtig haften. Beziehungsweise würde es sich nach vielen Temperaturzyklen wieder ablösen. Und jetzt werden wir die CPU vorbereiten, um eben das Liquid Metal aufzutragen. Ich packe jetzt einfach wieder hier einen Sockel. Das ist einfach einfacher zum Handhaben. Und jetzt müssen wir eben das alte Lötzehn entfernen. Und das machen wir einfach mit irgendeinem Messer. Also hier muss man jetzt natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Aber habt keine Angst. Am Ende ist es ja die Rückseite der CPU, die man hier sieht. Also die eigentliche Schaltung, die befinden sich auf der Rückseite. Deswegen haben wir hier auch ein bisschen Spielraum. Also wenn man hier ein paar Kratzer reinmacht, ist das auch nicht wirklich tragisch. Da stirbt die CPU nicht. Und ihr seht auch, das ist relativ weich, das ganze Material. Also lässt sich auch sehr, sehr gut mit der Klinge entfernen. Das muss nicht perfekt sein. Also die komplette Schicht runter zu kriegen, ist natürlich schwierig, weil sich das natürlich auch metallisch ein bisschen verbunden hat. So, jetzt sieht es jetzt schön gesäubert aus. Und das gleiche machen wir jetzt natürlich auch mit dem Heatspreader. Jetzt sieht man aber auch, wie dick hier die Schicht eigentlich ist. Also die ist wirklich relativ dick. Und dementsprechend ist natürlich auch das Liquid Metal besser, weil Liquid Metal, das liegt einfach, da liegt dann die Heatspreader direkt auf der CPU auf. Dementsprechend ist dann die Performance auch besser. Und hier ist es jetzt natürlich ein bisschen schwieriger, das Ganze abzumachen, weil eben die Schicht ziemlich dick ist. Also ihr müsst, wie gesagt, hier einfach mit einem relativ scharfen Messer einfach drunter fahren. Und dann seht ihr auch, also ich mache das im Prinzip an einem Stück, hebe ich das ganze Teil nach unten. Ihr braucht euch auch hier auch nicht Gedanken machen, dass ihr da irgendwas zerkratzt oder so. Das ist auch nicht wild, weil die Wärmeleipaste bzw. das Liquid Metal füllt das nachher alles komplett wieder auf. Also wenn da jetzt irgendwelche kleinen Kratzer drin sind, dann ist das kein Problem. Also es ist wirklich, da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Ja, so sieht eben die Lötschicht aus. Ich habe es eigentlich relativ gut herunterbekommen an einem Stück. Wie gesagt, ungefähr ein Millimeter dick. Könnte aber auch nur, zumindest mal bei Haswell E, da habe ich es nachgemessen, aber es ist ein Millimeter. Es könnte hier auch nur ein halber Millimeter sein. Aber ein halber Millimeter ist immer noch relativ viel Material verglichen mit dem Liquid Metal. Das schafft wahrscheinlich eine Stichticke von 0,1 Millimeter. Jetzt können wir nochmal drüber gehen, um die letzten paar Unebenheiten wegzumachen. Ja, das sieht jetzt schon relativ gut aus. Und hier können wir jetzt eben das Liquid Metal auftragen. Bevor wir das machen, reinigen wir aber noch kurz den Heatspreader, fällt mir gerade ein. Weil natürlich der Heatspreader so gemacht ist, dass die Schicht relativ dick ist, also die Lotschicht. Dementsprechend ist der Heatspreader auch so dimensioniert, dass eben ein bisschen Platz ist zwischen Chip und Heatspreader. Deshalb müssen wir auf jeden Fall die Klebereste sorgfältig entfernen. Nicht so wie bei Skylake zum Beispiel oder bei Haswell. Da kann man auch einfach den Kleber relativ dick drauf lassen. Das geht hier nicht. Auf der Platine sollte das nicht mehr Messer machen, sondern da lieber wirklich nur mit dem Fingernagel oder irgendeinem Kunststoffgegenstand. Weil ansonsten, wenn ihr in die Platine schneidet, dann hat sich die CPU relativ schnell erledigt. Und bei 1600 Euro weiß ich nicht, ob das so unbedingt das Ziel sein sollte. So, wir können jetzt mal den Heatspreader mal auflegen und einfach mal schauen. Aber man merkt jetzt, wenn man das so drauf legt, man merkt, dass es hält schon direkt. Und das ist einfach ein Zeichen dafür, dass immer noch die Klebereste relativ gut haften. Das heißt, die Klebereste von dem oberen Teil von der CPU und von dem Heatspreader, die halten noch sehr gut aneinander. Das heißt, das müssen wir auf jeden Fall auch noch entfernen, bevor wir das wieder zusammenfügen. So, jetzt ist das Ganze relativ gut gesäubert. So würde das auf jeden Fall ausreichen. Und jetzt packen wir einfach die CPU wieder hier in den Sockel. Da lässt sich es relativ schön arbeiten. Und dann machen wir einfach ein kleines bisschen Liquid Metal drauf. Da reicht wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Also so ein Stecknadelkopf, ein großer Anteil, der reicht da vollkommen aus. Also ihr braucht da wirklich nicht viel. Und jetzt nehmen wir eben das Wattestäbchen und dann verteilt ihr das Ganze. Das ist jetzt hier ein bisschen schwieriger, als wenn ihr das auf einer frischen, gereinigten CPU habt. Wir können die CPU natürlich jedes Mal vorher auch noch mit Alkohol reinigen. Das würde sich wahrscheinlich noch empfehlen, das zu tun. Wenn man das Ganze jetzt sehr gründlich macht, am besten dann beide Oberflächen vorher vor dem Auftragen des Liquid Metals noch irgendwie mit Aceton oder Isopropanol reinigen. Und dann sollte das auch gut funktionieren. Und hier auf dem IHS tragen wir auch noch eine kleine Menge auf. Wirklich nicht viel. Also ihr seht, das hier ist wirklich nicht viel. Verreiben das Ganze. Eben auf der Größe von dem, was ihr vorher seht, von dem Lot. Und dann reicht es schon. Jetzt ist es natürlich so, wir könnten jetzt Silikonkleber nehmen und das wieder verkleben. Das spare ich mir jetzt aber, weil ich jetzt einfach keinen Silikonkleber zur Hand habe. Normalerweise würde ich jetzt Uhu-Hochtemperatursilikon nehmen, um die CPU wieder zu verkleben. Wir können für den Test jetzt auch einfach die CPU so in den Sockel packen, den Heatswader drauflegen und den Sockel schließen. Für den Test würde es ausreichen, einfach nur mal zu sehen, wie viel bringt denn das jetzt eigentlich. Also ist es überhaupt wert, die CPU zu köpfen und natürlich die Garantie damit zu erlöschen. Ja, so wäre die CPU wieder fertig und wir schauen uns jetzt mal ein paar Screenshots an und diskutieren dann die Ergebnisse. So, wir schauen uns jetzt mal die Ergebnisse an. Und zwar seht ihr auf dem ersten Screenshot. Ich habe den i7 6950X auf 4 GHz getaktet bei 1,25 Volt. Und wie gesagt, die CPU ist luftgekühlt mit dem Prolimatech Mega Halems. Das Ganze habe ich jetzt mal mit Prime 590 getestet, allerdings ohne AVX, weil mit AVX einfach die Abwärme enorm hoch ist mit den neuen Broadway-E-CPUs. Und ihr seht jetzt bei dem Screenshot ist die maximale Temperatur bei 86 Grad und die durchschnittliche Maximaltemperatur bei 79 Grad. Wir schauen uns jetzt mal das Ergebnis nach dem Köpfen an. Ihr seht jetzt, die Maximaltemperatur ist auf 80 Grad gesunken und die durchschnittliche Maximaltemperatur auf 75,6 Grad. Dadurch haben wir die maximale Temperatur um 6 Grad gesenkt und die durchschnittliche Maximaltemperatur um ungefähr 4 Grad. Die Ergebnisse sind jetzt gar nicht so gut ausgefallen, wie ich gedacht hätte. Also eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass es auch wie bei Hercel-E ungefähr um 10 Grad sinkt. Hat jetzt leider nicht ganz funktioniert. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass eventuell der Heatspreader nicht perfekt aufliegt auf dem Chip. Das heißt, ich werde jetzt mal im nächsten Schritt probieren, den Heatspreader abzuschleifen unten, damit er eben vollständig oben auf dem Chip und perfekt aufliegt. Ich denke mal, damit könnte man eventuell nochmal 5 Grad rausholen. Ich habe hier mal noch ein Bild, wie das Ganze dann aussieht, abgeschliffen. Aber ich habe jetzt leider vor dem Launch das nicht mehr geschafft, das zu testen. Das werde ich dann nachreichen. Aber ich hoffe, ihr konntet trotzdem mal so einen kleinen Einblick bekommen, dass man auch gelötete CPUs köpfen kann. Vielleicht war das ganz interessant für euch. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr das Video liked und vielleicht einen Kommentar hinterlasst, was euch gefallen hat und was nicht. Und ich hoffe, ihr abonniert meinen Kanal. Und ansonsten macht es gut und bis zum nächsten Video.